ich mich auch vorstellt und so herzlich willkommen auf meinem Kanal Rienico TV heute spielen wir mal was ganz anderes wir spielen Skyblock und dabei haben wir einen Gast den Falk zeig dich mal hallo so hallo ja dann lass uns gleich mal anfangen ja ich werde erstmal direkt ein Cobblestone Generator bauen so das muss man halt am Anfang immer machen das auch nicht wie die Pagente Lava rein gehen soll ich um den Sand und machen ich hab sie in Sand dort machen trotzdem das noch mehr sind kann ich mich hier gerade unterbauen weißt du was Niemann von ihm aufs doch geht man bei noch aber hier ist der letzte Block geht da müsste es noch gehen du konntest ja in der Zeit mal erklären was wir jetzt bisher noch machen müssen also was man bei Skyblock so macht also bei Skyblock ist sowas ist halt Survival man hat am Anfang ein paar Sachen hast du ein Lava einmal ja ich habe einen einzigen brauchst du den? ne pack ich in die Kiste rein in der Kiste liegen halt die ganzen Sachen drinnen und muss halt überleben hier eine Farm anbauen Holz hacken und so weiter und so fort muss man gucken ob es nicht geklappt hat hier mit dem Generator oder ob ich zu unfähig war ich glaube ich bin auch der Mann ich hab glaube ich falsch um gemacht ja ne ist richtig gut noch passt super dann haben wir schon mal ein Koppelz und Generator ich kann aber noch ein Block rein kloblich so so ja auf jeden Fall dann müssen wir den Baum abhangen wir brauchen jetzt Zeppelin ja wir brauchen mindestens ein Ziel also ich ich mach mal einen Block über den Lava damit man ja und dann packen noch immer die Blätter hier weg ne du kannst auch einfach den Baum fällen dann fallen die Blätter auch rund an ja aber nur auf was dann ist wir müssen nur aufpassen dass ein Ziel tropft ne hast du sie schon sagt man Bescheid oder ein Zeppelin ein Zeppelin ja so ja ein Zeppelin das müssen ich bin voll traurig ich hab kein Ziel getroppt ich hoffe mal dass der Weg gefällt euch das ist gut wenn nein schreibt in die Kommentare was ihr besser findet welches Texteppelz also er hat auch so auch auf seinen Kanal stellte auch mal das Texteppelz vor hat er kommt auch schon gut läuft ich denke mal die ich bin dann gleicher ich bin jetzt ein kräftigen Tänel bauen das ist okay er mache Kraftmann kann es kannst mir nur Holz Spitzacke machen ja kann ich machen aber die so die hatte Bock gesetzt und ich stelle mich hierhin so dann werde ich gleich mal hier ach ich hab ja auch treu eine Spitzhacke brauchst du ne? ja wäre ganz gut so hier und dann platziere ich mal gleich unseren ersten Baum hier das ist jetzt das Spiel auf ähm Easy oder auf ähm Peaceful gestellt ist auf Easy wenn du weil es am Anfang mal sehr schwer ist mit Essen und so weißt du ja ich denke damit brauchen wir doch haben wir Samen ich hab ein Sieg aber dann macht ihr erst mal hier so ne so ne Hacke ja mach ich ich hab Kürbis gerne gibt es auch ich bin ich habe gelobt und ich habe eine Melone hier also schon das Ding damit du oh wo ist das Schema schon mal ein Keimer wo pflanzen wir denn das hin wo pflanzen wir das dann hin äh die Besitz nehm mein Kürbis so den Kürbis in der Nähe vom Wasser am besten ein ich glaube ich ich glaube Kürbis braucht kein Wasser ich bin mir nicht sicher wenn ich hab eh noch ein Eisblock ich glaube den mache ich hier einfach den nehmen oh ich brauche mir eher nicht ich komme jetzt vererben so ja ich hab sechs Minuten so dann ja du hast auch Fleisch ne ja in der Kiste zwei hab ich es reicht so weißt du wie das sieht nur lustig aus weißt du wie man aus Melone einen Melonenkern macht also das hat dass man den pflanzen kann ja ich hab hier nur so ein gammeliges Stück Melone weißt du hier sowas hab ich ich mach dir erstmal so einen Melonenkern ja werf mal zu juhu hier um was sind gehofft im Wasser weil es wird unser Hauptnahrungsquelle glaube ich belohnen es hat ein Jahr abwartet ich dich ich bin der du kannst ja ein bisschen was versuch irgendwas zu machen oder bist du hier weil du ja aufnimmst du müssen bis nach Rom er kann doch gleich eine Steinschützer gemacht man ist auch weg sind ich bin ich bin ich geb den Tipp ich habe selber schon bis es gelbe gespielt wird mich hier vorne an die Ecke stellen und machen und sie ob die Wahrscheinlichkeit fast am größten oder weiß es nicht wenn wir mal in die Kommentare schreiben der Lust hat so viele Klicks bekommen wir auch nicht das was zum Konzern kann man kommt es auch essen neben dem ich die man kann so mit dem Kurs zu machen oder sowas gibt sowas das sind die ja ja auch ich hab so hoch kann ich auch pflanzen was geht auf Sand ne ne auch auf um aber nur dem Wasser oder so irgendwie so ne hier kann man doch nur auf Sand sitzen hier geht viel funktioniert so viel bei scheiße ich mach das so richtig hier aber ich hab ja einmal gut ich dachte schon mal ich hab ja auch für den Karten Klaas Block gesetzt es ist ein Eisblock gesetzt so okay jetzt haben wir statt Eisblockern wir jetzt ein einmal Wasser ne pack ich mal die Truhe rein ja so ich hab jetzt 13, Cold Stone ich hab 33 Pflastersteine ne ja mein ich ja kommt so ich hab ich hab davon schon 33 ne ist doch gut bei welchen der Truhe drin war habe ich noch welche gehabt ich brauche hier gleich mal einen Ofen ich brauche hier mal einen Ofen ich stell dir einfach mal hier hin das ist eine Weile was kann man noch so mit Stein anfangen ich finde das dumm dass man den Skyblock nicht so was wie ähm nicht ich glaube ich glaube der Kaktus ist irgendwie scheiße gesetzt gut die Kümmerkommung genug auch das Händler Portal an die kann man nicht machen man hat kein Gravel auf und welches Geld noch bei so was jetzt genommen manche um es ist ich weiß es kann ich habe das Plane in der Welt weil in deren wenn man das als mit dort und gibt es ja das Geld auch 2.1 da gibt es auch 10 10 10 Obsidian Blöcke da kann man sich auch bei einem Vorteil machen kann man auch darin spielen naja aber die Welt Welt im Ende werden im Laufe des Spiels vielleicht auch uns 10 Obsidian Blöcke schicken oder so bis man noch nicht ganz neu ja man kann auch selber hier aufs Obsidian machen mit was ja mit Lapa ja aber da ist der Lava Block wegne das weiß schon Lava Block weil ja das ist dann doof ich platziere hier ein paar Fackeln weil ich glaube es wird gleich Nacht jeppel ich bin 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 ja ja weil dieser stück für die Kraft müssen woanders zuständig stört mich gar richtig immer woanders hin wenn ich habe hier das hat ein Dreckblock haben da jetzt ein Steinbocken gesetzt sieht schön aus annehmen zu uns an Trotscher und dann ja sagt dann trotz drunter ich will sie nicht hinbauen müssen die geeignete Fläche finden so wohl wie können mit unserer Nahrung 2 der Person Prozent ja ich nicht mal sehen oder die Hone fackeln weg gucken ob uns geht es bunt machen sich um Boden mehr und machen schnell dass die Melone wächst weiß dann haben wir schon direkt irgendwie so 3 4 Melonenstücke aber meine Nahrung wir kriegen durch die Bäume Äpfel und mein Nahrung ist eh noch komplett voll deine aber am besten du hast vor Ort auf das doch friedlich gestellte Trollung ist auch einfach stehen ich habe ich habe easy easy bei mir und aus und stehen in der zu müssen stellen auf hart ich erfahrt nein wenn wir ein sterben ist jetzt nicht weg stemmen auf normal oder easy die wir haben auch mal weil bei mir war noch auf friedlich gestellte es auch einfach also mehr friedlich das habe ich auch einfach gestellte Passe mal das kann man so noch so zu Skyblock sagen ja und sie haben ein paar Tipps geben die wir am besten selber spielen ja oder wie man besseren Kobblestone Generator machen kann mit zwei Lager mit zwei Wasser der hier hat er sehr hohe Chance ist er dass der Kobblestone verbrennt in der Lager könnte auch mal schreiben der ganz netten jetzt habe ich was dummes gemacht ist der Lager weg nee der ist nicht weg zum Glück nicht ey das soll doch ein runtergebaut werden das funktioniert die Maschine nicht ach so oh das wusste ich gar nicht das hat ich ja runtergebaut ein aber nur ja mach ich hab ich gerade geschlagen ja oh tut mir leid so zurückgeschlagen dann ist auch wieder das Video jetzt bin ich tot tp oh ja das war nicht gut bin dabei eine Spitzhacke und naja die Spitzhacke ist ja nicht so wertvoll hast du irgendwas was man noch brauchen kann also was in der Kiste war ich hatte drei Fleisch dabei Fleisch ist ja nicht so schnell zu spät ich wende die Aufnahme bis zum nächsten mal ciao